Und damit seid gegrüßt, mein Liebenzwerge, Genome Hobbits, und ihr lagt uns zu einem neuen Part. Super Mario Party mit dem Zwängenfürst. Ja, heute hier, wie ihr schon seht, eine reine Frauenveranstaltung. Hier haben wir Rosalina, dann war die Peach, dann war die Daisy und, ja, Yoschensky. Eine reine Frauenveranstaltung ist insofern falsch, aber, ja gut, fast eine reine Frauenveranstaltung. Prinzessinnen, äh, nee, ähm, da will ich jetzt nicht hin. Ich glaube, wir starten mal hier hin. Ich spiele heute Rosalina, so sieht es aus. Und Taut ist auch da. Kennst du die Geheim-Modi im Freizeitraum? Achso, die mussten ein bisschen anders sprechen. Braba! Genau so. Unvergleichlicher Spaß auf zwei Konsolen. Was genau ist denn da mit Volt-Welt? Zwei Konsolen? Äh, nee, das wird wohl nichts. Ähm, naja. Ich habe gerade keine zweite zur Hand. Sorry. Ähm. Ah, okay. Ein Freizeitraum. Versuche die, versuche dich an, einzigartigen, jetzt habe ich gerade schon fast bayerisch geredet. Versuche die, ähm, versuche dich an einzigartigen Spielen mit verblüffend, verweltigen, vielfältigen Frummen der Konsolen-Nutzung. Gesen kann ich irgendwie auch nicht. Na dann, rein da, hüpf, mach hüpf, Rosalina. Pahm. Und hinunter. Na, was haben wir denn hier? Äh, ja. Spieleraum. Ein Freizeitraum. Versuche dich an einzigartigen Spielen mit verblüffenden, vielfältigen Formen der Konsolen-Nutzung. Ja, haben wir gerade schon gelesen. Tritta Baseball. Baseball der besonderen Art. Wer erzielt den Ängsten? Home One. Aha. Ähm, nein, das will ich nicht spielen. Können wir mal weiter. Die weiteren Bulli. Ja, hier. Panzerschlacht Deluxe. Es gewinnt, wer die meisten gegnerischen Panzer zerstört. Block Puzzle. Hier geht es darum, Maglo-Karaktäre zusammenzusetzen. Das klingt doch spannend. Bananen-Split. Legt eure Konsole so nebeneinander, dass die Bananen wieder zusammengesetzt werden. Achso, das ist mit mindestens zwei Konsole. Einzelkampf. Coop. Kann ich wohl alleine nicht spielen, oder? Ähm. Coop. Ich platziere die Konsole, wo jeder sie sehen kann. Äh, ja, verdammt. Sorry, ich habe gerade keine zweite Konsole parat. Die müssen wir wohl aufschieben. Äh, aufheben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagt man ja so schön. Aber, ja, hm. Ich habe leider keine zweite Switch. Dafür hat das Geld nicht gereicht. Sorry, wenn mal jemand zu Gast ist, oder mal eine Switch mitbringen, kann man mal zusammenspielen. So, außerdem noch hier weitere Möglichkeiten. Minispiele, okay. Ah, da können wir. Spiele ein Online-Marioton. Wird, glaube ich, auch nicht gehen, oder? Finden wir das hin? Na, es wird eine kostenpflichtige Mitgliedschaft für den... Naja, ist mir bekannt, aber... Nein, danke. Danke, aber nein, danke. Nicht für diesen Zweck. Nicht nur, um das hier an der Mario Party zu zeigen, bezahle ich jetzt nicht nur für eine Online-Mitgliedschaft. Ich verzichte. Hier wurde eine tolle Attraktion verbreitet. Du wirst die sicherer GND. Gern sofort ausprobieren. Ich kann irgendwie nicht lesen heute. Aber leider muss ich noch etwas gedulden. Du kannst dich ja gespielen, so meld alle Minispiele freigeschaltet sind. Okay, dann schalten wir mal alle Minispiele frei. Ah, und wer seid ihr? Okay. Koopa, du hast dein erstes Juwel. Glückwunsch. Um dich auf dem Weg zum Superstar zu unterstützen, ich habe einen Fanclub gegründet. Im Moment sammle ich noch Mitglieder, aber du kannst dich schon mal auf etwas gefasst machen. Na dann. Was ist ein Mario zu sagen? Diese Party ist brav sauber. Ich habe schon besser erlebt. Du solltest zu beinschauen, wenn ich eine Fete verankt hätte. Das ist echt immer richtig lustig. Soll ich mitkommen, damit hier wenigstens ein bisschen was los ist? Äh, ein andermal. Du glaubst, du brauchst mich nicht. Pah. Nein, danke. Heute nur mir Mädels und Wörchi. Wumms. Oh, eine Piranha-Pflanze. Ein Knack-Zauber-Zweck. Und was haben wir denn da? Auf der anderen Röhre war auch eine Piranha-Pflanze drauf. Da habe ich in der Laufscreen schon hingeguckt. Sorry. Komfort. Wenn du mal verlobst und wehlen willst, musst du dich immer dann hinter mir verstecken. Weine nur. Bitte nicht zu laut. Ja, sonst denken alle, das wäre ich. Okay. Aber ich kann mich gar nicht hinter dir verstecken. Och Mann. Na dann. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ah, okay. Was haben wir hier? Ja, der ist wieder rausgehüpft. Ja, ich will sehen. Was haben wir hier? Tot. Willkommen, Rosalina. Na, wie gefällt dir dieser Raum? Wie gefällt dir dieser Raum? Das, was du hier siehst, habe ich mir ausgedacht. Na, ich warst dekofiert, Rosalina. Wie wäre es, wenn du den Raum mit ein paar Stickern schmeckst? Aha, ein Stickerraum. Okay. Kaffee auswählen. Ähm. Ja, bestimmt. Ähm. Ja. Sticker anbringen. Was haben wir denn da? Mario. Lübsch. Lübsch. Ähm. Ah, okay. Ein Würfel. Der ist aber riesig. Ähm. Achso, können wir kleiner machen. Alles klar. Ein bisschen Bastel- und Klebestunde. Ähm. Ja. Ist klar. Ähm. Okay. Können wir den kleiner machen. Ähm. Kleiner machen. Hui. So. Sticker-D-Stick. Kleiner. Hui. Na ja. Ähm. Speicher-Bänden. Äh. Hübsch. Hübsch. Äh. Nee. Ich wollte beenden. Äh. Ja. Speichern. Ansehen. Ah. Okay. Alles klar. Hübsch. Haben wir ein bisschen Kunst gemacht. Auch ganz toll. Ja. Ich bin heute ein bisschen erkältet. Ein bisschen krank werde ich. Ob es eine Erkältung ist, weiß ich nicht. Aber ja. Ich bitte um Verzeihung. Sollte ich heute ein bisschen hüsteln. Ein bisschen smik rusten. Und ein bisschen schwächeln. Und krank klingen. Ja. Die Zeit ist gekommen, wo ich krank werde. Hallöchen. Ja, das ist die Piotto. Wie geht's? Besteh jetzt, Rosalina. Das hier ist schon die elfte Party. Wie ist das zu fassen? In ihren Anfängen sah die Veranstaltung noch ganz anders aus. Das kann ich dir sagen. Beziehungsweise kann ich nicht. Denn ich erinnere mich selbst nicht mehr. Ah, okay. Geschichtsstunde mit ihr. Hallöchen. Hier ist der Birdl. Wie sieht's aus? Das ist die elfte Party und so weiter. Mhm. Aha. Die war glaube ich auch schon relativ früh. In den letzten Parts haben wir jetzt da mal gehabt. In einem gealten Super Mario Party Spiele. Okay. Was haben wir hier? Parts in der Party. Zwei Teams. Okay. Game Okay können wir auch mal ausprobieren. Die Minispiele. Das Werftding hatten wir in den letzten Parts. Hier haben wir noch was auf der rechten Seite. Die Beat Bühne. Haut doch nicht gleich ab, Rosalina. Beweise dem Publikum mit einer grandiosen Vorstellung. Dass du Rhythmus im Blut hast. Äh, ja. Erinnerungen kommen. Vor. Aus der Zeit von Wolf in Paradise Megamix. Ja, Rhythmus im Blut. Ich. Ja, ist klar. Hast du Rhythmus im Blut? Dann ist das die Beat Bühne genau das Richtige für dich. Bin das Publikum mit einem grandiosen Auftritt. Jetzt zum Kocken. Äh, ja. Okay, probieren wir es mal. Machen wir es. Verweise dem Publikum mit einer grandiosen Vorstellung. Wie das du Rhythmus im Blut hast. Okay. Lautstärke aufdrehen. Aufstehen und spielen. Ach, im Stehen soll ich spielen. Ach, das ist das. Vermeide Kollisionen mit Personen oder Objekten in deiner Umgebung. Äh, ja. Da muss ich dann ein bisschen zurück. Ähm, wie macht das im Sitzen? Ich bin faul. Versuch es zumindest. Ähm, ja. Das Haus ist gefüllt. Gleich beginnt die Show. Mhm. Joschinski, bist du bereit? Ja. Bist du bereit, Rosalina? Here we go. Okay. Wackel, wackel. Wie sieht es aus Peach? Wie sieht es aus Daisy? Yay. Und Joschinski ist auch bereit. Auch bereit. Äh, ja, ist klar Joschinski. Die Junge, dann kannst du mal losgehen. Aber auf die Bühne oder was? Zeit, viele alternativen Bühnen auftritt. Zack. Einklatschen. Das klappt schon mal super. Na, aber ich bin mir nicht sicher, wie sehr wir auf der Bühne überzeugen können. Ich und Rhythmus, ja, ich weiß ja nicht. Und die Bühne aus. und dann zum rhythmus genau im rhythmus äh verstehe ich nicht das sieht ganz blut aus äh, aber im rhythmus sorry klar, die Welle, achso batz, 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 batz ja, komm batz, batz ich hab gar keinen Rhythmus und batz, 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 batz ah, ok gleich was geschlagen äh, ja ich hab schon scared, schon 4er den anderen ist doch noch nicht gut 6 nice 9 nice 12 nice und nice und nice äh, nee, daneben das ist nicht nice da will ich denn mit meiner Hand hier und wieder und dreh den Karton um äh, ok äh, verstehe ich nicht, ok achso ich hätte auch gerne reagieren müssen ach verdammt einsatz verpasst zu langsam zu schnell zu langsam und genau richtig das war desi wie soll ich das denn irgendwie zu früh ah verdammt na nee zu spät ah verdammt äh, ja ok ich mach jetzt wirklich so wie die ihr müsstet mich mal hinter der Kamera sehen ja das alles zum sitzen ähm ja verstehe nicht ähm achso ja ähm ja keine Ahnung genau das ist die richtige Bewegung gerade für mich äh keine Ahnung was zu früh äh ach was sollen wer muss äh 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 ja ok ich hab bestimmt keinen Stern für gewonnen hat ich dachte wir waren alle in einem Team äh ich hab bestimmt nicht gewonnen oder doch gewonnen hat aber ich bin zweiter ja so siehts aus 34 ok ein Punkt mehr und zwei Punkte mehr hätte man hinkriegen können Zugabberspiele aufhören ich versuche nochmal erster zu werden ähh ja von mir aus machen wir nochmal genau kommen Zugabe was ich möchte jetzt zu Rosalina normal oder Remix ähm warum machen wir nicht den Remix warum nicht warum nicht die paar so kleine was drauf da sinds wieder Rosalina Arbeit Stezi unser Schinzi da los der Lied ging los und marschieren marschieren en okay achso sehr gemang ich den Start zack 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 marschieren Abteilung VWR Guts, Kompalli, Marsch, ja alles klar, hoppa, hopps, 27, ok, bin bis jetzt die Beste, dann, zack, 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 ok, Todett führt's, Todett führt an, 44, 45, zack, 47, 47, 48, 43, ja, und vorwärts geht's, Kompalli, vorwärts, ich stell mich ganz schön nöt an, sieht's ziemlich niedlich aus, ja, Soldat dann vorwärts, Soldatinin, äh, ja, Führer nicht mehr, Marsch, 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 Daisy führt's, ne, wieder der Yoshi, äh, dann haben wir kein Bock mehr, äh, kein Bock mehr drauf, wie sind ich denn mein Kopf, trifft den Haube auf, ja, ich wie so ne verrückte Stunde, bevor's losgeht, ähm, äh, zu bät, zu bät, zu bät, zu bät, zu bät, ähm, ja, verdammt, äh, verdammt, verdammt, ich muss hier noch irgendwelche Punkte kriegen, 85, oh, nice, zu bät, während Zungszeit, ne, ne, ist noch gähnlich hier, äh, klatsch, 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 rücken nachs klatsch, spießt das Obst auf, äh, ja, gupp, 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 zack, Piratenfest, und eins, und zwei, und eins, zwei, drei, nice, und eins, das Küchen, nice, 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 und zack, 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 und zack, 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 so, und eins, zack, 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 na, eins hab ich fallen lassen, zwei hab ich fallen lassen, na ja, schneller, ok, marschieren, Marschieren, die wird schon lämmert jetzt, surren, Marschieren, 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 dass sieht ziemlich Dämmig aus, Cck, 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 cack, cck, cck, zeh, zack, 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 zack... Nur ein klein wenig. Maschieren, 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 Maschieren. Ok, noch führe ich nicht. Noch ist Vorschinski an der Führung. Oder wie sieht es aus? Nein, ich führe. Äh, Vorschinski ist wieder mal. Hm. Ach, die Neuwürfel. Schon wieder. Bloß jetzt ein schneller. Na toll. Zweimal prima hatte ich schon. Dreimal prima. Batz, 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 Batz. Obst auch schließen. Wann schneller? Na komm. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Wie du es da? Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ok, war nur eins. Zack, zack. Zack, zack. Verdammt. Zack, 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 zack. Zack. Zack, zack, zack. Oh Mann. Ja, geht doch. Wachsinski ist auch verdammt. Das ist ein Mist. Das ist das so, was du benutzt. Hier ist das so, was du benutzt. Geben, bitte nicht. Frieden Sieghail, Schinske. Ich meine, wir erst dann jubeln. Wieder jubelt seinem Idol zu. Oh, Salina. Nice. Dann wäre ich mal hier unten. Das war doch das Ziel. Haben was hingekriegt. Und krieg da einen Preis für. Klatsch 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 Die Menge ist begeistert Äh Ja Ok Hören wir mal auf Haben was hingekriegt Wir enden bitte Oh Todes Bravo Das war Fantastisch Remix geschafft! Bravo! Ah, okay, da gibt es jetzt noch zwei weitere. Na ja, ein weiterer bis zum Beat-Dings. Müssen wir noch mal rein, oder was? Äh, ja, ähm, ich halte den Controller falsch. Was muss ich noch machen? Muss ich noch mal antreten? Ich will nicht. Na komm, lass mal gucken. Welche Stufe? Normaler Remix, schwierig. Okay, jetzt gibt es noch die schwierige Variante. Na dann, versuchen wir es mal. Machen wir es noch mal schwierig. Okay, ich glaube wir müssen alle drei ein Gold machen. Ich will nicht ganz viel. Ich meine, ob wir nicht in der Serie zu kriegen. Äh, ja. Definitiv nicht. Ich werde es bestimmt nicht mehr kriegen. Ich habe groß Vertrauen in mich selbst. Das ist die schwierige Stufe. Das ist die schwierige Stufe. Das ist zu früh, zu früh. Prima. Äh, das ist jetzt mal ein Loops. Na dann quäle ich mich noch ein bisschen. Im schwierigen Modus. Wenn es sein muss, spieß den Loops auf. Komm. Das kann ich doch. Zack. Pirate. Wart's. Äh, ja. Joa, das war doch gut. Zack, zack, zack. Okay. Zack, 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 zack. Ja. Eigentlich besser. Batz, 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 batz. Eine ganze Ananas aufspießt. Das Bier-Wattenspiel gefällt mir hier. Aber alle anderen Übungen, na ja. Putze die Fenster. Was jetzt putzen muss ich auch noch. So ein Mist. Im Dakt wischen. Äh, ja. Ich wische doch. Batz, batz, batz. In einem Wisch muss das passieren. Verstehe. Batz, batz. Aber 107 hatte ich schon. So schlecht bin ich doch gar nicht. Schon schlecht, aber nicht so schlecht. Batz, 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 batz. Immerhin kommen ja Spiele dazu. Nicht, dass ich immer die Seelen machen müsste. Na komm, na komm, na komm. Ja, nice. Momentan führe ich. Ich zieh die Tischdecke weg. Oh, oh. Und die Gläser. Die Kristallgläser. Nein. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ey, was denn? Ich mach doch. Zack. Oh, bumms. Verdammt. Auf mich gefallen. Zack. Und zack. Und zack. Krieg's nicht hin. Stehen aber noch. Hup. Hup. Au, au. Hup. Mist. Da war ich noch nicht so gut. Wo ist das schon? Hup. Wird der sich ja schon gut gehört. Ja, wird sein. Gewonnen hat's. Wahrscheinlich nicht ich. Glaube ich nicht dran. Ja. Wer wird sein? Gewonnen hat's. Oh, ich? Wahnsinn. Ich bin überrascht. Okay, muss jetzt noch das erste schaffen, oder? Habe ich jetzt schon den Kristall? Klatsch, 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 klatsch. Ah, okay. Da kommt der Kristall zu mir. Der Party Kristall. Das Party Juwel. Jippie, du hast die Bietbühne auf schwierig geschafft. Ich habe immer noch Herzklopfen nach deiner Vorstellung. Das ist doch gut, wenn wir das geschafft haben. Da bist du dein Traum, der Superstar zu werden, hoffentlich einen großen Schritt näher gekommen. In Anerkennung der Endes Traumwandlerisch sicheren Auftretens der Biene verleihe ich dir hiermit das Traum, wie du wehr. Glückwunsch. Deshalb ist es auch ein Mut. Okay, da hätten wir schon zwei Juwelen. Dann bleiben nur noch drei. Alles klar. Es fehlen noch drei Juwelen. Du schlägst dich gut, weiter so. Ja. So viel dazu. Bravo, das war fantastisch. Schwierig geschafft. Alles klar. Du hast das Traumgewege erhalten. Spitze. Dafür, dass ich das durchhalten musste. Lohnt sich doch. Ich glaube ein weiteres Juwel jetzt hierfür. Für das Raftabenteuer. Hm. Ja und wo die anderen zwei herkommen, weiß ich so direkt nicht. Vielleicht von den Minispielen, da muss man vielleicht noch was machen. Ja ich weiß nicht, da muss erst alle Minispiele freigeschaltet haben. Ja, dann würde ich mal sagen, hatten wir eine dufte Frauen-Party hier. In diesem Part, da muss ich euch gefallen haben, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres, wie du mal mit dem Zwingen-Fürst verpassen wollt. Und keinen weiteren Part mehr von Super Mario-Party mehr von Super Mario-Party verpassen wollt. Und ja, na dann, der Himmel ist schon rot. Die Sonne geht unter ein schöner Sonne und dann kommt der Wind. Ja, dann würde ich mal sagen, Ich habe jetzt noch einen angenehmen, fürchtlichen Tag. Man sieht sich. Ja, bis dahin. Haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.